Giovanni Dorsey stammt ursprünglich aus Neapel. Da er jedoch schon immer von der Toskana und ihren Weinen begeistert war, zog er sie nach seinem Studium genau dorthin und er kaufte damals die Fattoria Casalosta. Heute entstehen hier mit die schönsten Chianti-Klassicos. Gerade die Reserva ist ein wahres Monument, ein Benchmark und ein absoluter Hochgenuss. Das ist Sangiovese in Perfektion. So, jetzt muss ich hier Schluss machen, denn wir gehen so langsam die Superlative aus für diesen echt klasse Tropfen.